Das Staatssenat hat 2015 beschlossen, dass die öffentliche Hand, die Stadt Innsbruck, intensiv in das Thema Kinderkrippen einsteigt und hat das, glaube ich, über uns als Partner, glaube ich, auch konsequent zu Ende geführt. Anliegen ist, dass wir eine gute Qualität abliefern. Das ist für uns in der ISD einmal das Allerwichtigste, egal was wir tun. Von der alten Betreuung und Pflege angefangen bis hin zu den kleinsten unserer Mitbürgerinnen. Die Standorte der Kinderkrippen sind sehr häufig in unmittelbarer Nähe, teilweise sogar ganz angrenzend an Kinderbetreuungseinrichtungen für größere Kinder, also Kindergärten. Das hat natürlich zur Folge, dass es auch für die Eltern leichter ist, ihre Kinder in die entsprechenden Einrichtungen zu bringen und auch in etwa zur selben Zeit abzuholen. Das ist auch für die Kinderkrippen.